Prinzessin Kate und Meghan Markle sind beide große Fans von Wimbledon, aber es scheint, dass sie sich der Kleidungsvorschriften beim Turnier nicht bewusst sind. Prinzessin Kate und Meghan Markle sind beide königliche Modeikonen und haben in der Vergangenheit regelmäßig Wimbledon besucht, aber beide haben dort ein großes Moden-Urger begangen. Die beiden wurden 2018 und 2019 zusammen in der Royal Box fotografiert. Meghan besuchte das Turnier in SW19 jedoch schon. Bevor sie überhaupt Prinz Harry heiratete. Sie ist eng mit der legendären Tennisspielerin Serena Williams befreundet und reiste oft, um ihr beim Spielen zuzusehen, während auch Kate immer schon ein Fan des Sports war. Die Prinzessin von Wales ist Schirmherrin des All England Lohntennis und Crockett Club und hat Roger Federer in ihren Kontakten, der dem glücklichen Prinz George auch einige Tennisstunden gegeben hat. Sowohl Kate als auch Meghans Kleidungswahl in der Loge hat Kommentare hervorgerufen, doch könnten sie einige Wimbledon-Funktionäre durch das Tragen von Hüten verärgert haben. Gäste in der Royal Box in Wimbledon werden gebeten, sich elegant zu kleiden, aber Frauen werden gebeten, keine Hüte zu tragen, da diese dazu neigen, die sich der hinter ihnen sitzenden zu verdecken. Beim Damen-Einzelfinale 2018 waren Kate und Meghan gemeinsam anwesend, und obwohl Meghan ihren weißen Strohhut mit einer schwarzen Schleife in den Händen hielt, setzte sie ihn beim Zuschauen des Spiels nie auf. Die Herzogin trug jedoch genau diesen Hut im Jahr 2016, als sie Serena Williams in London spielen sah, bei demselben Besuch, bei dem sie ihr erstes Date mit Prinz Harry hatte. Im Jahr 2022 wurde Kate bei glühend heißem Wetter dabei beobachtet, wie sie ihr gelbes Sommerkleid mit einem großen Hut ergänzte, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Wenn es besonders heiß ist, werden Hüte in den grünen und violetten Farben des Turniers an die Gäste in der Royal Box herumgereicht. Kate verpasst Wimbledon selten und es wird viel darüber spekuliert, dass sie dieses Jahr teilnehmen wird, um die Siegertrophäen zu verhindern. Die Prinzessin stand während ihrer Krebserkrankung aus dem Rampenlicht, aber letzten Monat konnte sie zusammen mit dem Rest der Royals an der Trooping de Calais Parade teilnehmen.